So Leute, das Video hier ist entstanden, als wir versucht haben mit AMA 3 zu spielen, die wir einspielen wollten und die halt einfach grandios gescheitert ist. Denk zu mir vielleicht. Ich will ihn mal angucken. Ich guck jetzt gerade in die Kamera. Egal. Auf jeden Fall das Kamera-Vorschau-Fest. Ja, wir haben jetzt hier ein anderes Video, das ist eigentlich auch ganz unterhaltsam. Auf jeden Fall, wir haben die Mission Die Hard gespielt, aus dem Grunde Tower Defense Modus in AMA 3 ist bloß unfair. Aber aus irgendwelchen Gründen ist jetzt der Ton asynchron. Ich will ja niemanden angucken, aber Sony Vegas, ich guck dich an. Was ist los? Irgendwie, keine Ahnung, es wird asynchron beim reinziehen. Also ich hab geguckt, die originale Videospur, die ist synchron. Nach dem reinziehen wird sie plötzlich asynchron. Ich frag mich Gott warum. Egal. Auf jeden Fall, trotzdem viel Spaß beim Video und Ciao. Hallo und herzlich willkommen meine liebe Freunde bei AMA 3. Dieses Mal mit dem Keule. Ja. Und wir spielen eine Vierer-Mission, die kann man eigentlich zu viert spielen, aber da unsere anderen zwei Mitspieler irgendwie verschwunden sind, spielen wir sie mal alleine und die nennt sich Die Hard. Also auf gut Deutsch, wenn man es so besitzt wie die Filmmache, stirbt langsam. Äh, schließen. Ich bin los. Ich bin los. Ich bin los. Kontakt. Kontakt, jetzt schon. Kontakt. Ich bin noch nicht mehr drin. Ich bin noch nicht mehr drin. Kontakt. Zwei Helis. Wo ist deine Rakete? Laufschüsse. Äh, ich kann nicht, äh, ich kann dir zugucken. Also. just. Wer ist das denn? Ist das meiner? So, ich hab dich schon ein bisschen keuletzt, du? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh何! Oh WTF? Oh, Lava! LOL! Hast du's bitte auch grad gesehen? Du bist schon ein bisschen hart verletzt, ne? Ich, äh, Ich panagiere mich gerade. Moment. Wie neu? Alter, wie tief fliegen die denn? Hol die mal runter. Ich bin doch nicht im Spiel, Digga. Ich kann dir nur zugucken. Lalalalalalalala. Ja, du bist tot. Good job. Hau ab. Olllllllllll. Siehst du gerade, was ich sehe? Ja, die ganzen Menschen, die da unten kommen. Meistens. Das sind alle deine Feinde, ne? Meistens. Ja, ball es ab. Ich hab keine Mission. Da. Davon. Jetzt läuft nach rechts. Töt den. Töt den. Der kommt auf dich zu. Der Konrad da! Also. Doch, die trifft. Nein, die hat nicht. Die ist aber ganz schön weit gerollt, Alter. Die hab ich aber gar nicht hier gezielt, Alter. Einen. Einen. 29 to go, Alter. Einen. 27 to go, Alter. 27 to go, Alter. Der kommt grad hinter dir, ne? Laber dein Scheißgesicht, Alter! Roll, 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 roll. Roll, roll. Roll, roll. Aber willst du nicht nochmal neu starten, dass ich auch mitspielen kann? Doch, schon. Doch, schon. Aber ich bin grad fasziniert, dass ich noch lebe. Und dass dieser Scheißleben wieder alles blockiert, Alter. Es fehlen nur noch 26, Philipp. Das kann ich schaffen! Ja, du hast... Öh. Die Boote sind schon an Land. Das sind Panzerboote. Siehst du die? Alter, nein. Alter, what the fuck? Äh. Töte die doch! Töte die doch, alles klar. Pass auf. Warte. Er macht den Rambo, er macht den Rambo. Ich hab das. Oh, lol. Oh, lol. Weiter, schnell, 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 nicht drauf! Weiter, drauf! Komm, bam, 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 bam! Alter! Go! Weiter! Oh, ey, ich... Reloade! Oh, Gott! Das ist Panzerboot. Okay, turn around! Oh, lol. Oh, fuck! Die Helis kommen! Da oben ist die Kuh! Da oben ist die Kuh! Töte die Kuh! Oh, lol. Oh! Oh, lol. Alles klar! Oh! Oh! Ich werd getroffen! Ich blute! Oh, du bist tot! Ich hab hier bei gebrochen! Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! Stop! Ich ergebe mich! Aha! Funktioniert! Scheiß, Alter! Philipp, ich treff nicht, Alter! Boah! Ich brauch... Ich bin hierfrieden! Painkiller, alles! Alter! Philipp! Da läuft einfach so ein random Typ, Mann! Schau dir den an! Der läuft einfach das Bild! Jetzt rennt da! Tönt den random Typ, Mann! Du bist jung gescheitert! Alles klar! Oh, da wollte ich grad nicht aufs... Äh! Äh! Was?! Ja, ist klar! Lol! Du bist im Scheid! So sieht die Mission aus! Ist doch ganz lustig! Jetzt müsst' ich auch noch mitspielen, dann ist das richtig gut! Fuck my life! Achso, das ist jetzt der letzte Punkt, ne? Oh! Einer weniger! Ja! Sollen wir von vorne anfangen? Ja, von vorne anfangen! Okay, warte! Raus! Okay! Zack! Nein! Fuck! Okay, wir brauchen den Panzerabwehrtypi, wir brauchen vielleicht den Automatik! Ja! Soll ich den Automatik machen, oder willst du den Panzerabwehrtypi machen? Man macht den Panzerabwehr, das ist besser! Ja, aber weil du grad auf mich vertrauen kannst, dass ich immer alles treffe! Ja klar! Ähm, ich nehm... Ich nehm Grenadier und du nehmst den Panzerabwehr, okay? Alles klar! Wenn der Grenadier jetzt nur Grenaten hat oder so ein Scheiß, kotze ich aber! Okay! Bist du bereit? Ja, ist okay! Okay! So! Fehlermeldung! Die Mission DieHard erhält eine ungültige Verknüpfung! Ja, 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 ja! Okay, schließen! Jetzt kannst du die Leute willkommen heißen! Ja! Hier, Tall1! Okay! Alles klar! Ah, ja! Warte, küsst du an die Leute! Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde bei Wir sterben in 1x3! Hallo! Hallo! Mit dem Keune natürlich! Natürlich! Äh, natürlich! Nogisch! Ihr seht's ja hier oben! Äh, und das vor allem ist, wir haben das Problem! Wir sind hier in diesem kleinen Örtchen namens Girna, ne? Und da sind wir! Und, äh, es kommen hier zwei Helikopter, drei Helikopter kommen! Äh, wie viel ist das kommt noch? Äh, es kommen noch zwei Panzerboote, 30 Einheiten, also insgesamt 30 Gegner! Und, äh, wir versuchen zu zweit, eigentlich ist es eine 4-Spiel-Version, aber wir probieren zu zweit, diese Leute zu töten! Wir werden es schaffen! Man weiß es nicht! Aber, wie der Titel schon sagt, wir sterben! Ähm! Wieso noch was dazu sagen können? Äh, da oben ist Camp Maxwell, vielleicht gehen wir zum Camp Maxwell und überleben! Oder zur Funkstation! Egal! Egal! Okay! Ich habe Angst! Da ist der leichte Schütze! Alles klar! Der leichte Schütze weiß, glaub ich, Bescheid! Ja! So! Alles klar! Wir buchen uns ein! Wir brauchen mehr Granaten! Äh, wir brauchen auf jeden Fall, was ich als erstes verbrauche, ist... Das wird passend wie, damit ich ein bisschen was sehe! Äh, wie kann ich mein Ding wählen? Was sind die Waffe PMCL? Ach, das ist, das ist meine Carl Gustav! Alles klar! Alles klar! Digga, ich bin im... Oha! Was? Guck es dir an, alter! Was hast du denn da? Oh, da ist ein Geschütz! Alter! Alter, geil! Das ist egal! Wo sind die Helis? Junge! Das war Rabatzabend mit denen gemacht, alter! Doch hat keiner angerufen! Geht schon los? Ich hab Angst! Digga, ich will die... Ah! Doch, 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 sie schafft töten! Das ist doch ein Range-Dinger! Das schafft töten! Ja! Da ist ein Range-Dinger! Da ist ein Range-Finder drauf! Geil! Lava! Was ist? Ey, 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 ey! Schon schafft getötet! Das aber echt hart! Das Ding ist! Ja! Es ist so früh morgens, ich hab keinen Bock drauf! Äh... Also, man sieht halt nix! Am 5 Uhr! Ist halt schon ein bisschen früh, ne? Ich seh halt echt gar nix! Ich seh aber auch keine Gegner und nix, ne? Ja, warte halt ab! Wer ist das? Das bist du! Wer ist das? Schütze leicht! Das ist der leichte Schütze, Mann! Der ist der Shit, Alter! Der ist der Shit! Ich glaub, der wird uns retten! Was hab ich eigentlich im Moment dabei? Diver! 75 Meter links! What?! What?! Was sieht dieser Typ wieder?! Taucher! Ah, wo sieht denn die Taucher? Wo? Da hab ich nicht an Land! So weit bin ich schon mal... So weit... So weit bin ich schon... Ah, rechts, rechts, rechts! Die gehen da unten an Land! Das ist für mich nicht links, das ist rechts! Ja, irgendwie schon, ne? Wenn du Wischen hast, Feuer! Achso, ich hab Wischen! Das ist unser Dorf hier! Was? Helikopter? Warte, ich geh ans Geschütz! Stört euch, ihr Nutten! Warum spotte ich alles? Ich seh gar nichts! Okay, da kommt mir nichts! Ich komm nicht an die Range dran von dem! Na klar, da kommt mir nichts! Wie zielt man mit dem Ding eigentlich? Wer zielt denn hier? Achso! Achso! Sorry! Alter, wie der einfach da durchfliegt, Alter! Enemite! Putz! Du hast getroffen! Ich bin tot! Oh, du Spaß! Alter, du hast voll getroffen! Alter, was sind die alle?! What the fuck?! Oh Gott, ich bin tot! Ich würde mal sagen, wir machen gleich weiter, Alter! Wir machen gleich weiter! Alter! Wir sind jetzt nach einer kleinen kurzen Schnittpause! Und hier kommt der Schnitt! So! Ne, das ist geil! Ich find das lustig! Schaltest du neu? Mhm! Alles klar! Alter! Ich hab Schaden gemacht, aber irgendwie hast du viel mehr Schaden gemacht! Ja, ich mach den Panzerabwehrschützen! Ich weiß jetzt, wie ich... Ich muss... Doppelklick und dann muss ich ruhig halten! Oh, dann musst du ruhig halten! Ja, ich hab einfach draufgefallen! Ich hab gesagt, das sind Automatik-Dinge! Okay, alles klar! Warte, pass auf, wir gehen wieder rein! Ich verschwanzt mich, ne? Ist mir alles scheißegal jetzt! Ja! Alles klar! Schließen! So! Und da sind wir wieder! Ne? Und wir machen die Mission! Wir starten die Mission einfach noch einmal! Und... Versuchen diesmal nichts abzuflusen! Abzuf... Nein, das hab ich nicht gesagt! Das hast du gesagt! Darf ich wieder so... Ja! Ich sag's doch noch mal! Ich fühl wieder so scharfer! Wo sind die Schafe? Äh... Oh, Entschuldigung! Das tut mir echt leid! Ich bin echt unprofessionell! DICKER! Ich bin Automatik-Schütze! Und ich hab nicht mal nen Rattler drauf, Junge! Du bist einfach nur... Ich werde sterben! Ich werde sterben! Ja! Ja! Alles klar! Das kann man nur... Lass mal zu Tall One gehen, Alter! Was hast du für Kirsch? Gott wird uns helfen! Ja, ich glaub auch! Ich glaub nicht! Das war gelogen! Er ist die Kirsch! Boah! Laber! Was hab ich eigentlich für... Was hab ich denn? M-X-S-W! Was hab ich eigentlich in irgendeinem... Dieser S... Aber ich hab nen 3... Zweiwein dabei! Ja, ey! Immerhin, ne? Ja, man kann nicht alles haben! Ja, ja! Find ich auch! So! Erstmal zu Gott beten! Hallo! Ey, ey! Was geht ab? Ich hab auf die Simen geschossen und in der Hoffnung, dass es vielleicht glockt hat, dass es glockt wird! Oha! Das ist schon ein bisschen guter, gell! Weißt du, millionenschwere Kriegssimulation, dann... So was kriegen die hin, Alter! Okay, arme Maria! Geil, ich werde dein Name! Ne, warte kurz, ich kann nicht beten! So, warte kurz, wir verstecken uns hier, Alter! Ich geh in die Hocke! Ballern jeden ab, Alter! Also jeden! Okay! Wir haben hier, die haben hier Deckung! Wir brauchen nur noch einen Snickers, Alter! Was will ich denn mit dem Scheiß Snickers, Mann? Alter, Snickers OP, Mann! Snickers hat Nüsse! Und was eigentlich mit dem Automatgeschüssen? Kann man dem Befehle geben, eigentlich? Ne, die haben wir nicht in unserem Team! Der ist einfach so... Hier! Du bist ein Snickers, Alter! Das war eigentlich mit den Tauchern von eben grad! Ja, die sind jetzt wahrscheinlich schon wieder in Land! Da! Alter, ich klinge geil! So! Da vorne, siehste? Ah, ja, sieh! Oh, schweb noch! Oh, schweb noch! Rücken! Ich verstecke mich übrigens hinter Gottes Haus! Ja, das verstehst du! Alter, ich glaub, sie sind nur 7! Philipp! Kraft! Spare dir die Munition! Alles klar! Alles klar! Ja! Schieß! Feuer! Mach sie kaputt! Schieß ab! Ja, ich wechsle die Waffe! Die Feuerkuss, sie fliegen und irgendwann muss sie ja stehen bleiben, ne? Genau hier ungefähr! Ja, jetzt! Und... Und... Bumm! Wir warten daneben! Labern! Waaat! Lol! Nice! Nice! Gib mir mal da! Motherfucker! Hab ich nur so zwei Schuss! Putz! Hahahaha! 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 Alles klar! Okay! Hast du das mal getötet? Eigentlich nicht! Ich weiß nicht, wie das passiert ist! Wir starten nochmal! Ich mein, es könnte ja auch sein, dass wir irgendwie... Keine Ahnung! Wird ja auch sein können, dass du quasi auf uns gezogen hast oder so! Hahahaha! Ja, der hat... Alter! So! Äh... So, Leute! Und das sind wir wieder! Wir fangen direkt... Machen direkt weiter! Ne? Wir machen das! Wir überleben das! Hahahaha! Der liebe Coil ist wieder der... Diesmal nicht der Automatikschütze, sondern der Grenadier! Ich bin ein Grenadier! Bitch, please! Du musst schlagen! Aber... Digga, ich würd's so machen, ne? Äh... Wir bleiben hier, ne? Wir rennen weg! So, wir bleiben hier! Äh... Und zwar folgst du... Der Trick! Das Klohaus! Du könntest nicht reingen! Ja! Nein! So, pass auf! Ich... Ich... Ich warte... Ich warte hier auf die Taucher, ne? Die hier kommen! Aha! Äh... Wir kommen ja hier gleich! Wir kommen! Und dann, äh... Knallst du die Taucher ab! Okay! Und ich knall die Helis ab! Dann haben wir... Dann haben wir... Wenn wir beide Helis schaffen... Wenn wir beide Helis schaffen... Dann haben wir ein Vollbesitzer Heli... Keine Ahnung... Sechs Leute oder so? Ja, ins Wasser! Ja, ins Wasser! Ja, das sind die Taucher! Das sind die Taucher? Ja! Halt auf! Das sind nicht! Wo? Ja, hier unten! Bei mir! Was ist das? 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 Nö! Jetzt tauchen sie auch wieder! Kratzer! Da unten! Da unten! Da unten! Da unten! Ich schreie irgendwas, ne? Ja, klar! Ich schreie auf die Heli! Ich hab meinen Granat-Ref-A-Rose geholt! Ich hab drei Schuss mit der Panzerabwehr-Kanone! Westen?! Achso Westen! Der hat jetzt alles gesehen! Der hat das gesehen, alle! Ohne Spaß! Ich hab mich gar umgedreht gehabt! Das Ding ist... Ich hab keine Ahnung, ob die jetzt weg sind! Also ich überlasse den niemanden, ne? Ich geh jetzt eher so Cover! Warte, bis die abladen! Oh lol! Ich steh mit nem Schussfeld! Ja, ich auch! Nein! Geh doch wieder raus! Gott! Ich steck in der Tür fest! Ohne Spaß! Ich steh jetzt! Ja, ich steh in der Tür fest, Mann! Ohne Spaß! Ich hab's auf Video! Ich steck jetzt in der Tür fest! So jetzt halt! Warte, warte, warte! Was hätt der nicht getroffen, Alter! Labert doch kein Bullshit am frühen Morgen! Ja, Mann! Weg damit! Keine Munition mehr! Alles klar! Und der Nächsten! Komm! Ja, einen hab ich noch! Einen Schuss! Und der muss sitzen! Der sitzt aber nicht! Doch, der sitzt! Der hat doch gesessen, oder? Der ist doch tot jetzt! Aber du hast, glaub ich... Oh Gott! Jesus! Da kommen die Panzerboote! Wow! Wie bist du denn jetzt gestorben? Panzerboote! Panzerboote! Ja! Genau so bist du gestorben! Du auch, ne? Wieso soll ich das denn schaffen, bitte? Auf jeden Fall! Auf jeden Fall, ne? Das Ding ist... Ja, was ist das nochmal? Komm! Das gleiche in einem weiteren Schnitt! Ähm... Ja, pass auf! Das Ding ist... Wir können's oben an die... An die... Wirklich an die Dings setzen! An die Kirche! Und dort... Warten wir einfach, bis sie ausladen! Dann knallst du die beide weg! Und dann legen halt die Boote an von mir aus! Aber dann... Verteilen die sich! Ja, solange die Boote uns nicht töten, können uns die Männer nix machen! Ja, das stimmt! Alles klar! So Leute, da sind wir wieder da! Äh... Wieder... Dasselbe wie vorhin! Diesmal haben wir uns eine andere Taktik überlegt! Und zwar rennen wir jetzt hoch an die Kirche hier! Weil da waren wir ein bisschen safer! Und da können wir auf jeden Fall die Dinger abballern, bevor sie... Die Hedis abballern, bevor sie kommen und wir scheiße ein... Im Grunde auf die Taucher! Und ich bin ein bisschen erkältet! Deswegen klinge ich vielleicht ein bisschen doof! Aber... Du hast das Leben! Was? So! So! Ich schmeiß noch eine Granate! Boah, ist das eine Granate, oder? Sweet! Ich sehe aber auch gar nichts, gell? Jep! Eben steht man vorne auf! Das höre ich gerade! Aber was ist mit dieser Schütze einfach so rum, bimbo und alle! Der läuft da ganz gechillt, weißt du, snackt sich noch seinen Snickers, ne? Das sind die Taucher! Achso, die Taucher! Du musst doch gleich die Heli kommen, ne? Jep! Ich krieg Schüsse ab! Du kriegst Schüsse ab? Ja! Ja! Also ich höre Schüsse zumindest! Ja, ich schieße gerade auf die Taucher! Achso, Astler! Dann wir tauchen die gerade lang? Oder alle drei sind weg? Komme! Achso, Astler! Ja, Bruder! Hier! Helis! Ja, ich sehe sie! Aber niemand mag Kirche, gerade! Ja, der Schütze steht fest in der Kirche, Astler! Ich hab den Rocket Launcher! Ja, ich hab ein bisschen Angst, ich bin noch nicht bei der Kirche! Ja, die kommen ein bisschen hart, aber ist okay! Der Schütze denkt sich, hm! Hm! Bist du bereit? Ja, ich versuche aber diesmal jeden Schuss zu landen! Das wäre ganz geil! Der Schütze hat Bock! Die drehen wieder, drehen wieder! Ah, da setzt jetzt die Boote an! Die, es stehen dann jetzt so, dass ich sagen kann, okay, ich hab ein schlacher Schussfeld! Äh, ja! Jo! Alles klar! Jetzt kannst du anfangen! Nice! Schöner Treffer! Ja! Ja! Direkt getroffen! Wo ist der andere? Ich weiß nicht! Ups! Hast du Sack getroffen, oder? Ich hab das Kanon-Bot getroffen! Oh, fuck! Alter! Initial-Tot! Hier ist das bei der anderen Seite! Halt! Eier! Alles klar! Schnell! Was machst du? Renn weg, du Notte! Oh Gott, Jesus! Ist das ein bisschen gerade aus dem Battlefield, Alter, ohne Spaß! Ich hab nur Rauchgranaten! Kämpf, Philipp! Ich behand mich erst mal selbst mit dem Schuss, weil das ist das Logischste, was man machen kann jetzt gerade. Kann ich zugucken? Kann ich dir? Nice! Du kannst mir zugucken. Insofern hast du alles gespielt auf Video, ne? Ach du WTF! Wieder alle abgehen! Alles klar! Oh, da geht's! Oh, lol! Okay, lol! Du bist komplett geplatzt! Ja, ich hab's gesehen! Okay! Sollen wir es noch einmal probieren? Mhm! Alles klar! Wir probieren uns noch ein weiteres Mal! Diesmal haben wir ja direkt... Aber wir haben nur einen Helikopter getroffen, der andere ist gelandet! Ist der gelandet komplett? Ja, der ist gelandet! Ich hab den nicht mehr gesehen! Ich auch nicht! Deswegen geh ich davon aus, dass er gelandet ist! Weil ich hab ihn nicht abgeschossen, naja halt immer! So! Diesmal schaffen wir's! Natürlich! Logisch! Weil wir sind Private Phil und Private Lelix! Ja Mann! Und wir können alles schaffen, was wir wollen! So, wir laufen direkt wieder hoch zur Kirsche, ne? Also ich lauf direkt hoch zur Kirsche! So lange wie... Vorhin hab ich noch nie überlebt! Also daher! Ich komm mir so scheiße langsam vor, Mann! Alles klar! Ich hab das Schaf getötet! So! MX-5! Aber ich kann wieder auch die Third-Person-View anschalten! So! Ich hab schon den... 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 den Raketen davon aufmacht! Aber ich bin so bereit, wie man bereit sein kann! Ich überlege gerade! Ja! Wir können einfach eigentlich einen Cockett Launcher schießen! Do you have any idea? Ja! Bist du tot? Bist du tot? Nee! Achso! Aber der Schütze ballert jetzt auf mich! Du bist gerade? Ja, der Schütze hat auf mich geballert! Okay, nee, ich glaub der Schütze ist jetzt böse auf mich, weil ich dich getroffen hab! Da kann das nicht finden! Da waren weitere Raketen für dich drin, ne? So, ich hab diesen Typen getötet! Der hat mich... der hat mich angeschossen! Achso, warte kurz! Da waren weitere Raketen für mich drin! Da ist Munition und alles drin gewesen! Kanaden und alles! Okay! Okay! Alles klar! Hey, brauchen wir das! Ich hab noch zwei Schoßen mit dem Raketen-Nerfer! Das reicht doch kaum, Alter! Reicht doch kaum! Ich hab diesen alten Typen getötet, weil der mich angesch... Warte kurz, Hedis! Ja, mir geht's auch noch nicht ganz blendend eigentlich! Achso, was... 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 ich hab da... ich hab da eine... 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 ... ne, es ist nur noch eine Möglichkeit, Alter! Eine Möglichkeit! Was ist denn die Möglichkeit ich hab? Wir sterben, ehrenvoll! So, das war's mit dieser Folge! Arma 3! Wenn's euch gefallen hat, ne, dann gebt dem ganzen Video doch einen Daumen hoch! Abonniert uns! Und ihr könnt auch auf den Bildschirm klicken, um zu einem anderen Arma 3 Video zu kommen oder zur Playlist! Ich entscheide das später! Es geht doch weg! Was machst du jetzt hier noch? Du kannst jetzt irgendwo draufklicken! Klick doch einfach irgendwo drauf! Oder... X einfach oben dein Fenster weg! Ist mir egal! Aber du kannst doch echt nicht jetzt die ganze Zeit hierbleiben! Das ist echt uncool! Geh weg! Komm schon! Jetzt ohne Spaß, du schaust dir das immer noch an! Was ist los mit dir?